Wie viele Menschen müssen sterben? Es geht um 30,000 oder 30,000 lives lost. Everyone ist entzündet zu leben in Dignity. Wir sahen Menschen in wunderschöne rooms. Sie hatten keine Freiheit, keine Freiheit zu verlieren. Das ist der Kindheit, die Migranten in Katar sind. Es gibt keine Menschen, die Frauen können nicht verabschieden werden. Wenn sie verabschieden sind, weil sie verabschieden sind, für sex outside der Marriageen. Und es ist zu tauter. Homosexualität ist als mental verabschieden. Journalisten können sich verabschieden und niemand kann zu kritisieren. Sie kämpfen, sie verabschieden. Es ist ein Schmerz, so ist es Sport und Fußball, das wichtig. Und es könnte so gut achieve, aber FIFA hat eine reale Stain auf World Sport durch dieses Event in Katar. Vielen Dank. Danke, Frau von Krammer. Next speaker ist Lollislav Ilchitsch. You have the floor. Vielen Dank.